Ja, das mit den Schicks tut mir leid, das war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Nina? Und sie schreit, sie heißt. Ja, da kannst du dir vorstellen, was da los war, doch. Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen, schon ein ganzes Haus und ein Leihwagen will ersch... Doch das würde ich mich eh trauen, ne? Das weiß ich genau, denn davor haue ich ab und sing Runaway, wie ich kann. Und dann Luftweg und Luftweg, wohin ist noch offen? Am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington.